Das zweite Pferd ist ein Kladua, das dritte Pferd ist ein Brandhofer, danach folgt ein Friese, das nächste Pferd ist ein Rheinländer, dann kommt ein Freiberger, ein Haflinger, ein Isländer, einer unserer Lepizaner Stuten, ein Quarter Horse, der Schwarz ist ein Nauphobus, dann kommt ein deutsches Rheinpony, der Falbe ist ein Norweger und der Weiße ist ein Araber. Und ganz zum Schluss kommen unsere beiden Schäffler-Ponys.